Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine neue Version vom kompletten Instagram Reels Tutorial. Ich nehme dich einmal mit in die App, wir gehen alle Funktionen durch. Instagram Reels, ganz einfach erklärt, das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Es ist wieder Montag, schön, dass du hier mit dabei bist. Heute gucken wir uns einfach mal alle Funktionen rund um Instagram Reels in der App an. Ich habe ungefähr vor einem Jahr schon mal ein Video dazu gemacht und das ist eines der beliebtesten Videos hier auf dem Kanal. Und seitdem gab es einfach diverse Updates, einiges hat sich in der App geändert. Und deswegen dachte ich, es ist an der Zeit für eine neue Version. Also wir gehen in die App und schauen uns da alle Funktionen an. Wenn dir das Video gefällt, wie immer, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du Fragen hast zu einzelnen Funktionen, schreib die gerne unten in die Kommentare. Und schau dir gerne auch mal meine anderen Videos hier auf dem Kanal an. Da gibt es schon einiges zum Thema Instagram Reels. Und wie immer legen wir direkt los und ich packe dir wieder meinen Bildschirm hier hin. Zack, hier siehst du jetzt meinen Instagram. Und über das Plus öffnen wir einmal die Reels und landen dann hier in der Instagram Reels Kamera. Wenn du diesen Modus hier wieder verlassen möchtest, findest du hier oben in der Ecke einmal das X und kommst darüber wieder raus. Daneben findest du den Blitz und den Mond. Beides hilft dir, wenn es zum Beispiel besonders dunkel ist. Den Blitz kennst du ja auch vom Fotografieren und der Mond hilft dir gerade zum Beispiel auch bei Nachtaufnahmen. Dann wird das Bild so ein bisschen aufgehellt. Teste an der Stelle auf jeden Fall beide Funktionen mal aus, wenn die Lichtverhältnisse nicht so optimal sind. Daneben oben in der Ecke findest du weitere Einstellungen. Hier kannst du jetzt Kameraeinstellungen anpassen rund um deine Story, rund um deine Reels oder rund um Instagram Live Sessions. Über den Reiter Reels landen wir an der Stelle hier. Und hier hast du jetzt die Auswahl Reels auf Gerät speichern. Also in dem Fall wird jedes fertige Reel, was veröffentlicht ist, auch nochmal in deiner Mediathek gesichert. Über den Pfeil hier oben kommst du wieder zurück. Hier unter Einstellungen kannst du jetzt entscheiden, welche Kamera Instagram standardmäßig verwenden soll. Wenn der Haken hier aktiviert ist, dann verwendet Instagram deine Frontkamera. Und wenn er nicht aktiviert ist, dann wird deine Rückkamera verwendet. Und darunter kannst du jetzt noch die Position der Kameratools verändern. Das sind diese Einstellungen an der Seite hier. Die kannst du jetzt zum Beispiel auch auf der rechten Seite platzieren, wenn du da mit deinem Daumen dran kommen möchtest. Und wenn du deine Einstellungen getroffen hast, dann wähle hier oben Fertig aus und dann landen wir wieder hier. Wenn du jetzt doch gar kein Reel aufnehmen möchtest, sondern lieber eine Story zum Beispiel, dann hast du hier unten die Auswahl und kannst zum Beispiel von der Reels Kamera direkt in den Story Modus switchen. Wenn du deine Kamera wechseln möchtest, also von der Frontkamera zur Rückkamera, dann findest du hier unten in der Ecke dieses Icon. Und wenn du einzelne Fotos oder Videosequenzen aus deiner Mediathek in dein Reel einfügen möchtest, dann kannst du hier unten in der Ecke über dieses Icon auf alle möglichen Dateien in deiner Mediathek zugreifen. Weitere Funktionen findest du jetzt hier an der Seite. Ganz oben ist dieser Notenschlüssel. Darüber landen wir hier an der Stelle. Und hier kannst du jetzt ganz oben über die Suche nach einzelnen Musiktiteln oder Interpreten suchen. Du hast darunter die Auswahl gespeichert und importieren. Über gespeichert kannst du auf alle Songs zugreifen, die du dir mal als Favorit hinterlegt hast. Also wenn dir jetzt einer dieser Titel besonders gut gefällt, wischst du den einfach zur Seite, dann findest du hier dieses Icon und darüber landet dieser Titel hier oben im Bereich gespeichert. Über importieren hast du die Möglichkeit, die Tonspur von Videos aus deiner Mediathek in dein Reel zu ziehen. Und über mehr sehen hier an der Seite kannst du dir weitere Informationen zu den einzelnen Titeln, die dir hier vorgeschlagen werden, anzeigen lassen. Hier siehst du zum Beispiel, wie viele Reels bereits zu diesem Sound-File hier erstellt wurden. Das kann dir dabei helfen zu entscheiden, welcher Song der richtige ist, um damit auch viral zu gehen. Wenn das für dich spannend ist, schreib mir gerne eine kurze Info unten in die Kommentare. Dann mache ich da auch nochmal ein gesondertes Video zu. Ich habe schon mal ein Video hier gemacht zum Thema Musik- und Soundauswahl in Instagram Reels. Das verlinke ich dir gerne hier oben in der Ecke. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wenn du da noch konkrete Fragen zu hast, schreib mir gerne nochmal eine kurze Info in die Kommentare. Wenn du hier einen Titel ausgewählt hast, dann sieht das so aus. Du kannst diesen Titel jetzt oben in der Ecke über den kleinen Papierkorb wieder entfernen. Über Fertig kannst du all deine Einstellungen bestätigen. Und hier unten über den Schieberegler kannst du jetzt entscheiden, welche Stelle von dem Song hinter dein Reel gelegt werden soll. Direkt darunter kannst du daneben entscheiden, wie lang dein Reel sein soll. Hier hast du jetzt die Wahl zwischen 15, 30, 60 oder ganz neu auch 90 Sekunden. Darunter kannst du dein Tempo festlegen. Das heißt, hier an der Stelle kannst du jetzt entscheiden, ob dein Reel in Standardgeschwindigkeit laufen soll. Doppelt so schnell, dreimal so schnell, viermal so schnell oder über diese 0.3 bzw. 0.5 wird dein Video langsam gedreht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel doppelt so schnell auswählst, dann merkst du bei der Aufnahme erstmal noch nichts. Im nächsten Schritt, wenn du aber in den Bearbeiten-Modus kommst, dann siehst du da, dass Instagram diese Videoaufnahme schneller dreht. Über den Bildschirm kommst du wieder zurück in diese Einstellung. Und hier findest du jetzt deine Layouts. Das heißt, du kannst mittlerweile auch mehrere Bilder in einem Reel zusammen aufnehmen. Wenn ich da drauf tappe, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir so ein Raster auszuwählen und kann über dieses Raster jetzt zum Beispiel eine Aufnahme machen, die so aussieht. Und dann nehme ich nur in diesem linken Fenster hier ein Video auf, kann das Ganze hier unten wieder stoppen. Und im nächsten Schritt switche ich auf die andere Seite und kann jetzt hier auch wieder die Aufnahme starten und stoppen. Über den Haken hier unten kannst du das Ganze einmal bestätigen und dann landest du wieder hier. Und immer wenn du eine einzelne neue Sequenz mit dieser Kamera hier aufgenommen hast, dann siehst du das hier oben an diesen Strichen. Da drunter hier findest du noch den Timer. Das hilft dir, um freihändig Aufnahmen zu machen. Darüber landest du in dieser Ansicht hier. Und hier kannst du jetzt zum einen festlegen, wann deine Aufnahme gestartet werden soll. Also in drei Sekunden oder alternativ erst in zehn Sekunden. Das hängt natürlich davon ab, wie weit du von deinem Handy noch wegrennen musst. Und da drunter kannst du jetzt auswählen, wie lang die Aufnahme gehen soll. In dem Fall hast du hier 15 Sekunden. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein längeres Reel aufnehmen, dann musst du einmal zurück auf deinen Bildschirm tappen. Und solange du noch keine Videosequenz aufgenommen hast, hast du hier noch dieses Icon und kannst darüber noch das Ganze zum Beispiel auf 90 Sekunden verlängern. Und jetzt gehen wir nochmal hier in den Timer rein und hier siehst du jetzt, dass dein gesamtes Reel 90 Sekunden lang ist. Und du kannst entscheiden, wie viele Sekunden von diesen 90 Sekunden diese Aufnahme jetzt dauern soll. Die wird dann automatisch gestartet und auch automatisch wieder gestoppt. Über Timer einstellen startest du deinen Timer und über Timer abbrechen kommst du wieder zurück an diese Stelle hier. Hier unten hast du jetzt deinen Aufnahme-Button. Darüber kannst du die Aufnahme starten und stoppen. Und die einzelnen Sequenzen werden dann in deinem Reel aneinander gehangen. Wenn du jetzt hier mal so zur Seite wischst, dann findest du hier verschiedene Effekte, die du über dein Reel drüberlegen kannst. Wenn du den passenden Effekt nicht findest, dann hast du hier noch dieses Icon und landest darüber an der Stelle hier. Hier findest du jetzt weitere Effekte zur Auswahl. Wenn du den passenden Effekt dort nicht findest, dann hast du hier an der Seite noch die Lupe und kannst da zum Beispiel diesen Fokus-Effekt suchen. Dann geben wir da oben einmal Fokus ein. Dann finden wir hier den Fokus-Effekt. Über diesen Fokus-Effekt kannst du jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel der Hintergrund so verschwommen ist und man nur dich vorne sieht. Wenn du sagst, das ist ein toller Effekt, den möchte ich jetzt mal häufiger nutzen, dann findest du hier einmal dieses Icon und kannst den Effekt darüber als Favorit sichern. Wenn du wissen möchtest, was andere so mit diesem Effekt anstellen, dann findest du hier noch dieses Icon und darüber landest du in dieser Ansicht und kannst hier sehen, welche Reels andere Creator in Instagram mit diesem Effekt erstellt haben. Über den Pfeil da oben kommst du wieder zurück, landest wieder an der Stelle hier und wenn du einen Effekt zu deinen Favoriten hinzugefügt hast, dann landet der auch hier an der Stelle und du kannst immer wieder darauf zugreifen. Und daneben findest du noch dieses Icon mit diversen aktuellen Effekten, die dir gerade vorgeschlagen werden. Wenn du jetzt sagst, okay, damit bin ich fertig, den Effekt möchte ich nutzen, dann kannst du hier einmal oben wieder auf dein Video tappen und dann landest du wieder an der Stelle hier und je nach Effekt gibt es hier jetzt noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bei diesem Fokus-Effekt kannst du zum Beispiel über diesen Schieberegler hier entscheiden, wie stark der Hintergrund geblurrt werden soll. Und wenn du deine Aufnahme jetzt starten möchtest, dann findest du hier unten den Aufnahme-Button, so geht die Aufnahme los und du kannst ihn auch einfach nach oben und nach unten ziehen und so zusätzlich während der Aufnahme zoomen. Du kannst jetzt auch die Effekte für einzelne Abschnitte in der Aufnahme wechseln. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel wieder auf meinen Effekt gehen und kann mir aus den verschiedenen Effekten jetzt einen anderen Effekt aussuchen, zum Beispiel diesen hier, gehe zurück und starte die Aufnahme wieder und dann wird der zweite Abschnitt mit diesem Effekt aufgenommen. Hier unten findest du die Informationen, welcher Effekt gerade aktiv ist und über dieses X kannst du den auch ganz einfach wieder rausschmeißen. Du kannst jetzt deine neuen Aufnahmen auch mit Aufnahmen aus deiner Mediathek ergänzen. Die findest du hier unten in der Ecke, da kannst du jetzt einfach zum Beispiel Bilder und Videos, die da schon gespeichert sind, in dein Reel hinzufügen. Und sobald du hier oben die erste Aufnahme gemacht hast, erscheint hier unten dieses Icon. Wenn du das jetzt aktivierst, legt Instagram das letzte Bild aus der Aufnahme da oben in den Hintergrund und darüber liegt das Bild aus der aktuellen Aufnahme. Das sieht dann so aus. Und du kannst jetzt so dafür sorgen, dass die beiden Aufnahmen richtig übereinander liegen. Du hast bestimmt schon mal so ein Reel gesehen, wo Personen ganz viele Outfits wechseln und das funktioniert super mit dieser Funktion. Also wenn du ein Stativ nimmst, deine Kamera da reinpackst, so deine Aufnahmen machst, kannst du über diese Funktion super immer wieder die richtige Position finden und damit diesen tollen Effekt erzielen. Und wenn du mit all deinen Aufnahmen hier glücklich bist, dann findest du hier den Weiter-Button und kommst damit aus diesem Kameramodus in den nächsten Schritt. Und hier sind wir jetzt im Bearbeitungsmodus. Im Hintergrund siehst du das Video, was du gerade in der Kamera aufgenommen hast und kannst jetzt die diversen Effekte, Schriften und Sticker darüber legen. Auch hier gucken wir uns mal die einzelnen Funktionen an. Hier oben in der Ecke findest du jetzt diesen Pfeil. Damit kommst du wieder zurück in diesen Kameramodus und kannst zum Beispiel weitere Sequenzen aufnehmen und die zu deinem Video hinzufügen. Hier unten in der Ecke findest du die Option Clips bearbeiten. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die dir dabei hilft, deine einzelnen Sequenzen, die du gerade aufgenommen hast, nochmal nachträglich zu schneiden. Also wir öffnen hier einfach mal Clips bearbeiten und hier siehst du jetzt, dass ich für dieses Video hier einfach zwei verschiedene Clips in zwei verschiedenen Farben nebeneinander gepackt habe, um dir das besser zu zeigen. Hier findest du jetzt die einzelnen Clips, die du vorher entweder aufgenommen hast oder über deine Mediathek zu dem Reel hinzugefügt hast. Darunter findest du diesen Play- und Pause-Button, worüber du das Ganze nochmal anschauen kannst. Daneben findest du die Option Clips hinzufügen. Auch darüber landest du wieder in deiner Instagram Reels Kamera und kannst so entweder neue Sequenzen aufnehmen oder nochmal Sequenzen oder Bilder aus deiner Mediathek hinzufügen. Daneben findest du die Option Neu anordnen und da kannst du die einzelnen Clips hier einfach per Drag & Drop verschieben und so die Reihenfolge ändern. Über das Minus oben in der Ecke kannst du auch einzelne Clips, also Bilder oder Videos, wieder rauslöschen und über Fertig das Ganze einmal bestätigen. Wenn du jetzt sagst, das eine Bild oder Foto ist zu lang oder von dem Video möchte ich nochmal ein Stück abschneiden, dann kannst du einfach diesen einzelnen Clip hier auswählen und über diesen Startpunkt und den Endpunkt, diese Schieberegler hier, kannst du dir den Clip jetzt so zurechtschneiden auf die Dauer, wie du ihn haben möchtest. Über alle Clips landest du jetzt wieder in deinem gesamten Reel und über Fertig kommst du zurück in diese Ansicht hier. Hier oben findest du jetzt diesen Pfeil nach unten und darüber kannst du das Video, was hier gerade drin liegt, ganz einfach in deiner Mediathek speichern. Daneben findest du den Notenschlüssel und der führt dich jetzt zu allen möglichen Einstellungen rund um Musik und Soundeffekte. Und damit landen wir in dieser Ansicht hier. Über diesen Schieberegler hier kannst du die Lautstärke von dem aktuellen Video anpassen. Unten links findest du die Auswahl Musik und damit landest du an dieser Stelle hier. Hier findest du nochmal die gleichen Einstellungen wie eben schon in der Kamera. Und können die jetzt ganz einfach wieder nach unten wischen und landen wieder hier. Hinter der Auswahl Bearbeiten verstecken sich jetzt verschiedene Effekte, die du über den Ton von deiner Kamera nochmal drüberlegen kannst. Also wir öffnen hier einmal Bearbeiten, dann landen wir hier. Und hier ist jetzt die Auswahl Helium oder Nachhall. Und noch ein paar weitere. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß, das mal auszutesten. Und über Fertig kannst du das Ganze bestätigen und kommst wieder zurück in diese Ansicht. Hier unten findest du als nächstes die Auswahl Voice-Over. Das sieht dann so aus. Hier oben siehst du dein Video und darunter gibt es einen Aufnahme-Button. Wenn du jetzt die Aufnahme startest, dann wird der Ton aufgenommen und so kannst du nochmal eine neue Tonspur über dein Video drüber sprechen. Über Play kannst du das Ganze nochmal abspielen. Über dieses Icon hier kannst du deinen neu aufgenommenen Ton wieder löschen. Und über Fertig bestätigst du deine Einstellungen und landest wieder an dieser Stelle hier. Daneben gibt es jetzt noch die Sound-Effekte. Das sieht so aus. Und hier kannst du jetzt zum Beispiel über einen Applaus oder eine Türklinge dein Video noch ein bisschen aufpimpen. Auch hier hast du wieder diesen Play- und Pause-Button und kannst das Ganze hier unten einmal bestätigen. Für jede Tonspur in deinem Reel, also egal ob Kameraaufnahme, Sound-Effekt, die Musik oder das Voice-Over, sobald du das hinzugefügt hast, findest du hier so einen Schieberegler und kommst über diese Bearbeiten-Auswahl auch wieder in die gesamten Einstellungen rein. Wenn das alles soweit für dich passt, dann kannst du das einmal hier oben über Fertig bestätigen und landest dann wieder hier in dieser Ansicht. Als nächstes haben wir hier oben noch die Effekte und damit öffnet sich ein Fenster, was genauso funktioniert wie eben in der Instagram Reels Kamera. Hier kannst du jetzt nachträglich nochmal einzelne Effekte über dein Video legen. Wichtig ist, dass Effekte, die du hier auswählst, die gelten für das gesamte Reel. Wenn du vorher bei der Aufnahme einen Effekt auswählst, dann kannst du für einzelne Clips, also einzelne Sequenzen von deinem Reel, unterschiedliche Effekte nutzen. Weiter geht's hier oben mit den Stickern. Hier hast du ganz oben erstmal deine Engagement-Sticker, die du mittlerweile auch in Reels nutzen kannst. Da ist zum einen der Emoji-Sticker, der Umfrage-Sticker und der Quiz-Sticker. Alle drei kannst du hier auswählen, in dein Reel reinpacken. Achte am besten bei diesen Engagement-Stickern da drauf, dass du die so platzierst, dass man da mit dem Daumen direkt drankommt, wenn man dein Reel schaut. Denn die meisten halten ihr Smartphone einfach in einer Hand und bedienen es mit dem Daumen. Und wenn man dann wirklich auch mit dem Daumen da drankommt, kann das definitiv das Engagement innerhalb dieser Sticker steigern. Darunter findest du noch die GIFs. Auch dazu habe ich mal eine Anleitung gemacht, wie du dafür sorgen kannst, dass du eigene Sticker hier in den GIFs platzieren kannst. Auch die verlinke ich dir gerne mal oben in der Ecke. Schau da auf jeden Fall auch mal rein. Das kann wirklich nochmal ein tolles Tool sein für regelmäßige und kostenlose Kontaktpunkte mit deiner Community. Und daneben hast du noch dein Zeichenwerkzeug. Hier oben hast du jetzt die verschiedenen Stifte zur Auswahl und auch den Radiergummi. Wenn du was in deinem Reel zeigen möchtest, dann kannst du hierüber zum Beispiel auch schön so ein Pfeil zeichnen. Hier unten über die Farbpalette kannst du jetzt die Farbe von deinem Stift anpassen. Und hier an der Seite findest du auch diesen Farbpicker. Darüber kannst du einzelne Farbtöne aus deinem Video aufgreifen. Hier an der Seite kannst du jetzt noch die Stärke von dem Stift bzw. von dem Strich anpassen. Wenn du deine Zeichnung wieder entfernen willst, dann hast du hier oben den Button Rückgängig. Und wenn du das Ganze bestätigen möchtest, dann hast du auf der anderen Seite die Auswahl fertig. Und hier oben in der Ecke finden wir noch die beiden Buchstaben und landen hier in diesem Textwerkzeug. Hier kannst du jetzt irgendeinen Text eingeben, kannst die Größe auch wieder über diesen Schieberegler einstellen. Hier unten findest du verschiedene Schriften zur Auswahl und kannst so gucken, was am besten zu deinem Reel passt. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. Es kann sich zum einen auf jeden Fall lohnen, immer wieder die gleiche Schrift sowohl in Reels als auch in deinen Storys zu verwenden, um darüber einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Und es kann sich auf jeden Fall auch lohnen, verschiedene Schriftarten in verschiedenen Textbausteinen zu kombinieren, um so einfach nochmal einzelne Wörter besonders hervorzuheben. Hier oben kannst du jetzt entscheiden, ob dein Text linksbündig, rechtsbündig oder zentriert angeordnet werden soll. Daneben hast du wieder die klassische Farbauswahl, mit der du die Farbe deiner Buchstaben anpassen kannst. Daneben findest du dieses Icon und kannst darüber entscheiden, ob ein Hintergrund hinter den Text gelegt werden soll. Und wenn du möchtest, dass dein Text animiert wird, dann geht das über dieses Icon hier. All deine Einstellungen kannst du wie immer über Fertig hier oben einmal bestätigen und landest wieder zurück in dieser Ansicht. Und hier kannst du deinen Text jetzt so platzieren, wie du ihn haben möchtest. Und jeder einzelne Textbaustein und jeder Sticker, den du zu deinem Reel hinzufügst, landet hier unten. Also diese einzelnen Bubbles stehen für jedes einzelne Element, was du auf dein Reel draufpackst. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf so eine Textbubble hier unten drauf tappst, dann kannst du hier genau entscheiden, von wann bis wann dieser Text in dein Reel eingeblendet werden soll. Wenn du den Textbaustein oder irgendeinen Sticker wieder entfernen möchtest, dann tapp da einmal drauf und dann kannst du den hier an der Stelle einmal in den Papierkorb ziehen und dann ist er weg. Wenn du hier mit all deinen Einstellungen glücklich bist, findest du hier unten den Button Weiter und jetzt geht's ans Posten. Hier oben siehst du jetzt dein Reel und kannst zuallererst das Titelbild von dem Reel bearbeiten. Hier unten findest du jetzt diesen Schieberegler und da drüber kannst du jetzt ein Bild aus deinem Reel auswählen und das wird dann zum Titelbild. Oder alternativ kannst du da drunter auf deine Mediathek zugreifen und ein Bild aus deiner Mediathek zum Titelbild von deinem Reel machen. Dieses Titelbild landet dann nachher in deinem Reels-Tab und in deinem Profilraster landet ja nachher dieser quadratische Ausschnitt. Und genau den kannst du hier über Profilraster auch genau auswählen. Und das Titelbild, was du jetzt vorher ausgesucht hast, kannst du an der Stelle jetzt hier so zurechtschieben und ranzoomen, wie es nachher in deinem Profilraster angezeigt werden soll. Über Fertig können wir das Ganze bestätigen und landen wieder hier. Darunter findest du jetzt Platz für deine Caption. Hier kannst du deine Bildunterschrift eingeben mit Hashtags und Markierungen. Und hier gibt es jetzt eine ganz, ganz wichtige Auswahl, nämlich die Option im Feed teilen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das immer auszuwählen. Denn so landet dein Reel nicht nur im Instagram Reels-Tab, sondern auch im Newsfeed. Und das wiederum kann die Reichweite von deinem Reel definitiv vergrößern. Darunter kannst du jetzt Personen markieren. Hier gibt es jetzt zum einen die klassischen Markierungen. Zum anderen gibt es auch die Möglichkeiten, Co-Autor zu definieren. Über diese Co-Autoren-Funktion kann man jetzt ein Reel gleichzeitig in zwei Accounts posten lassen. Das kann auch einen positiven Effekt auf die Reichweite haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, Content in Instagram zusammen mit anderen Creatoren zu erstellen. Über den Standort kannst du jetzt den Ort markieren, an dem das Reel aufgenommen wurde. Darunter kannst du noch eine Spendenaktion hinzufügen. Dann gibt es noch die erweiterten Einstellungen. Hier kannst du einmal sagen, dass das Ganze Branded Content ist. Wenn du in deinem Reel jetzt zum Beispiel Werbung machst für ein Produkt, dann kannst du das hier oben einmal als Branded Content kennzeichnen und darunter auch den Markenpartner hinzufügen. Darunter findest du noch die Einstellung zur Datennutzung. Und hier kannst du aktivieren, dass deine Videos in hoher Qualität hochgeladen werden. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, diesen Regler hier zu aktivieren. Ganz besonders, wenn du Probleme hast mit deiner Videoqualität in Instagram. Und achte zusätzlich auch darauf, dass du eine stabile Internet- bzw. WLAN-Verbindung hast, wenn du deine Reels hochlädst. Auch das kann einen Einfluss auf die Qualität deiner Uploads haben. Über den Pfeil landen wir jetzt wieder hier. Und hier können wir das Ganze jetzt entweder als Entwurf speichern oder teilen. Reels, die du als Entwurf gespeichert hast, findest du nachher in deinem Profil, wenn du auf dieses Reel-Tab gehst, hier an dieser Stelle. Wenn du jetzt einzelne Reels in deinen Entwürfen wieder löschen möchtest, dann findest du hier oben die Option Auswählen. Kannst hier die Reels aktivieren, die entfernt werden sollen. Und über Verwerfen hier unten werden die dann gelöscht. Wenn du jetzt sagst, dieses Reel hier, das möchte ich nochmal bearbeiten oder final teilen, dann wählen wir das einmal aus. Hier landest du jetzt wieder an der Stelle. Über Bearbeiten kommst du zurück in den Bearbeiten-Modus. Und über Teilen kannst du das Ganze jetzt veröffentlichen. Das war auch schon der kleine Überblick über die einzelnen Funktionen in Reels. Wenn du noch ein paar Content-Ideen für Reels brauchst, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich dir auch gerne hier oben in der Ecke. Schau da auf jeden Fall auch mal rein. Und ich hoffe, dass dir dieser Überblick ein bisschen geholfen hat. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.